Voodoo.de Was geht ab Leute, willkommen zurück in der Mixed Reality und diesmal melken wir Kühe. Also ihr kennt ja Mixed Reality, das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren, wo ich mich selber in das Spiel reinbiegen kann. Das Spiel unterstützt nicht so ganz Mixed Reality, deswegen seht ihr manchmal ein paar komische Fehler, so rote Umrisse oder schwarze Linien. Das lässt sich leider nicht vermeiden, ich habe das beste Versuch draus zu machen, aber ich denke es ist ganz cool geworden. Also der Cow Milking Simulator in Mixed Reality zieht sich einfach mal rein, viel Spaß und los geht's. So Leute und willkommen in der Farm. Wir stehen jetzt hier und müssen melken, gehe ich mal ganz stark von aus. Hier sind natürlich noch ein paar Fehler drin, ich weiß nicht, das Spiel läuft nicht 100% mit Mixed Reality. Ihr seht zum Beispiel hier diesen komischen Umriss von einem Eimer. Ich kann euch nicht sagen, warum der da ist. Scheiß, der Hund drauf. Wir gehen jetzt melken. So. Schauen wir mal. Oh Gott. Oh Scheiße. Warte mal, man muss die Nippel hier wechseln. Warte. So. Ist fertig. Scheiße. Hä? Und jetzt? Und jetzt? Get Bucket. Hab ich doch. Ach da. Was ist das denn? Käse? Was soll ich damit? Hier, nimm. Hier. Ups. Ah, den ziehe ich mir selber rein. Äh. Go. Go. Hä? Ja. Wundervoll. Also man muss jetzt hier jedes Mal die Perspektive, glaube ich, ändern. So, jetzt seht ihr mich wieder, ne? Ha. Bescheuert. So. Gut. Dann versuchen wir es nochmal. Oh. Komm schon. Oh. Jetzt hab ich sie flitschen lassen. Ah Mann, da geht alles daneben, ey. Scheiße. Hier. Komm, jetzt neuer Eimer hier, Junge. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Die Kuh muss ja auch nochmal gleich schlafen. Oh no, no. Es geht alles daneben. So. Oh shit. Hm, ja. Hä? Kein Bonus. Komm, hier nächste Eimer. Was ist denn das für ein lahmes Gerät? Jo. Thanks. Oh ja. Jetzt ist es mir ins Gesicht gespritzt. Nein. Komm her. Blöder Nippel. Nein. Nein. Oh, sorry. Next. Komm. Einen schaffen wir noch. Komm. Oh, du dämliche Kuh. So, jetzt. Schnell. Dann ist es voll. Ja. Butter. Mjam, 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 mjam. Hä? Hier. Was soll ich denn mit dem Scheiß... Ach guck, hier können wir verkaufen. Ach, man muss das verkaufen. Scheiße. Und ich habe das gegessen. Scheiße. Ich muss direkt wieder am besten hier draufdrucken, wenn ich den Eimer habe. Mit dem Zielen klappt es immer besser. Ja. Hier, Käse. Den ziehe ich mir jetzt nicht selber rein. Den verkaufe ich. Siehste? Oh. So. Mann, ich vergesse es immer. Wieso wird die Kuh lila? Oh nein, die Aliens entführen die. Nein. Ihr bekloppten Aliens, lasst meine Kuh in Ruhe. Mann. Nein. Ey. Aber was seid denn ihr für Spackos? Jetzt sind da die Aliens gekommen. Das funktioniert ja wieder. So. Check in. Und jetzt? Nein? Ah, gut. Das ist so bescheuert. Ich könnte mir das den ganzen Tag... Sollen wir das mal versuchen ohne... Ne, das geht sowieso nicht. Ich könnte das natürlich versuchen auch ohne Headset. Ich sehe das ja... Ich sehe ja das Live-Bild gerade hier auf dem Fernseher. Aber wir lassen das mal. So. Komm, einmal machen wir es noch. Los geht's. Schnell. Go, go, go. Gib Gas, Kuh. Was ist das denn? Butter. Komm, hier. Das gibt Kohle. Heck, wo kam... Oh, shit. Alles verschüttet. Verdammt. Seht ihr das so auch, ja, ne? Guck, ich kann es auch im Stehen machen. Da geht es vielleicht noch ein bisschen schneller. Oh, man muss echt aufpassen, dass man sich verschüttet. So. Da ist jetzt noch mal ein Stück Butter. Langsam. So. Vorsichtig. Give me more Milk. So. Oh, shit. Warte, ich muss die Butter erstmal hier rausholen. So. Oh, ist das anstrengend. Aber ich sehe gerade, man kriegt Zeit dazu, wenn man sich beeilt. Uh, 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 uh. Ich frage jetzt nur, wann kommen die Aliens? Oder hat das was mit der Zeit zu tun jetzt? Oder können wir mal gucken? Vielleicht kann man die auch irgendwie abschießen. Oh, da ist schon wieder ein Butter. Nein, ich höre sie. Ich höre die Aliens. Nein. Wie kann, wie kann ich die abschießen? Fuck, fuck, fuck. Was? Ah, guck mal. Ah, cool. Haha, ihr Säcke. Wird nicht mal eine Kuh geklaut. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Echt. So. Butter. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Oh, shit. Vergessen, den Eimer zu nehmen. Dim, dim, dim. Boah, die gibt aber ordentlich Milch, die Kuh hier. Also Respekt. Die haben ja eine richtig dicke Euter. So. Gut, dass die Aliens nicht mehr kommen. Oh, da ist Butter wieder. Diesmal haben wir definitiv mehr Kohle. So. Die, 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 die. Oh, Käse auch noch. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, oh. Ich höre sie doch schon wieder. Schnell. Ha. Ha. So. Was ist das denn hier? Strawberry-Joghurt. Na, 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 na. Puh. Puh, anstrengend ist das. Anstrengend. Milk, milk, milk. Woo. Next one. Woo. Splash, splash. Hä? Nein. Fast 1000. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Und check-in. Geil. 900. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Oh. Puh. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist, eine Kuh zu melken. Also, das ist schon, äh. Ist schon echt krass. Oh. Wuhu, 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 wuhu. Ja, Leute, das war der Cow-Milk-Simulator. Wenn ihr mal eine Kuh melken wollt, dann, äh, ist das eine... Eine gute... Guck mal. Ohne Headset. Nein, mach's wieder zu. Hallo. Scheiße, jetzt krieg ich die dumme Truhe nicht mehr zu. Jetzt. Okay. Ja, Leute. Das war tatsächlich der Cow-Simulator. Ja, wer es braucht, wird seelisch... Keine Ahnung. Ähm. Macht einfach, was ihr wollt. Keine Ahnung, ob ihr den zocken wollt. Oder nicht. Ich weiß nicht. Also, manchmal... Äh. Ich weiß es nicht. Das hier ist ja wohl echt eher für so Spaßzwecke. Zum Beispiel hier so Mixed-Reality-Videos. Dafür ist es echt geil geeignet. Aber, ob man da jetzt wirklich zwei Stunden dran zockt, wage ich mal zu bezweifeln. Aber, egal. Es ist lustig, Leute. Und, ähm. Ja. Cool zum Zeigen für Virtual Reality halt, ne. Also, ihr seht jetzt genau in dem Bild, wie ich es sehe, ne. Wie ich hier stehe. Alles von den Größenverhältnissen. Das ist genauso, wie ihr das jetzt seht. Ja, Leute. Also, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal in der Mixed-Reality-Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.